Hallo, hier ist Arne Lüttke und heute mal mit einem etwas anderen Video und zwar mit einem Produkt Review von dem hier vor mir liegenden Showtech Net 2-5. Wir haben uns dieses Interface zugelegt. Warum genau, dazu komme ich gleich noch, aber werfen wir erstmal einen Blick drauf. Von außen macht das Interface einen wirklich guten Eindruck. Das ist ein stabiles Metallgehäuse. Es hat ein Display, über das ich so die wichtigsten Parameter einstellen kann. Also es handelt sich um ein SACN bzw. Artnet Interface. Das heißt, ich kann IP-Adresse und so weiter alles einstellen. Das Net 2-5 heißt in dem Fall 5-polige XLR-Anschlüsse. Es gibt auch eine Slash-3-Variante, die hat entsprechend 3-polige. Hier oben auf der Seite ist eben der Netzwerkanschluss und da sieht man auch etwas, was mir persönlich sehr gut bei diesem Interface gefällt. Nämlich, dass es mit Power-over-Ethernet ausgestattet ist. Das heißt, es wird hier auch über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt von meinem PoE-Switch und ich brauche kein zusätzliches Netzteil dafür. Ja, wir haben uns dieses Interface gekauft. Wir haben es selbst gekauft vom Verein. Und zwar, weil uns im Forum jemand darauf hingewiesen hat, dass dieses Interface nicht mit DMX-Control zusammenarbeitet. Da haben wir ein paar Meldungen bekommen und wir haben uns gefragt, okay, woran könnte das liegen. Und haben dann dementsprechend dieses Interface gekauft, ja, um dem Fehler auf den Grund zu gehen. Nachdem ich das Interface dann hatte, habe ich ein bisschen rumexperimentiert, konnte den Fehler nachstellen und habe dann auch mal geguckt, okay, was passiert hier auf dem Netzwerkkabel und so weiter. Und habe eben festgestellt, dass in der Firmware, mit der dieses Interface geliefert wurde, das ist die Firmware 0.4, dass in dieser Firmware, ja, ein eklatanter Fehler drin ist. Und zwar, wenn andere Programme im selben Netzwerk über das Kabel auch kommunizieren, dann hängt sich dieses Interface auf und mag einfach nicht mehr. Das möchte ich euch kurz zeigen. Ja, ich habe hier vorbereitet einen Ping. Also das Interface, das wird quasi entsprechend angepingt und das ist auch soweit alles stabil, alles wunderbar. Jetzt habe ich hier drüben ein ganz kleines Programm. Dieses kleine Programm schickt 1000 Byte an Daten quasi ins Netzwerk, an die Broadcast-Adresse, das heißt an jedes Gerät im Netzwerk auf dem Port 18754. Der Port spielt überhaupt keine Rolle, ich werde das nachher nochmal ändern. Und für die, die sich wundern, also Ports, das ist quasi die Technologie, die verwendet wird, um den Datenverkehr auf dem Netzwerkkabel von den unterschiedlichen Programmen voneinander zu trennen. Also das heißt, Artnet hat irgendwie einen Port, euer E-Mail-Programm hat einen Port. Wenn ihr im Internet surft mit dem Browser, hat das einen anderen Port. Also das heißt, das ist normal, dass es, es gibt unterschiedliche Ports, in Summe irgendwie 65.000 aufwärts und ja, da verwendet man dann irgendeinen, um den, um die unterschiedlichen Daten voneinander zu trennen. So, ich starte jetzt mal das Programm hier. Das ist auch schon durch, das geht sehr schnell, das schickt nämlich nur ein einziges Datenpaket. Und hier hat das Interface aufgehört zu arbeiten. Die Act-LED, die vorher noch so geblinkt hat, die ist jetzt verstummt, sozusagen. Und hier der Ping ist auch verstummt. Ja. Genau, und das Interface, das bleibt jetzt auch so. Ich habe jetzt zwei Varianten, wie ich das beheben kann. Ich kann entweder den Strom abstecken, kurz, das mache ich hier. Oder es gibt hier ein kleines Loch, da ist ein Reset-Knopf drin. Da könnte ich jetzt mit einer Nadel oder einem spitzen Stift oder sowas auch reinstechen. Dann würde es auch ein Reset machen. Also eins von beiden muss ich machen. Vorher passiert hier nichts mehr. Ihr seht, die Act-LED blinkt wieder. Das Interface antwortet auch wieder. Ich ändere jetzt mal hier den Port auf irgendwas anderes. Ja, das ist zu groß. Ja, ich nehme mal irgendwas, was weiß ich, 12.000, egal. Es ist wirklich ganz egal. So, da war kurz das Fenster von dem Programm. Und ja, hier ist wieder stumm. Und ja, hier ist auch wieder nix. Ja. So, wir haben diesen Fehler, also ich habe diesen Fehler dann an Highlights, so heißt der Hersteller, der dieses Interface herstellt, gemeldet. Und die waren total kooperativ. Die haben super dann auch mit mir dann eben zusammengearbeitet. Ja, ich habe das so Anfang September denen gemeldet. Und ja, die haben jetzt eine Firmware rausgebracht, in der dieser Fehler auch behoben ist. Ja. Und die findet ihr auf der Homepage. Und in dieser Firmware, da haben wir diesen Fehler und noch andere Fehler, die ich eben noch gefunden hatte, die sind da jetzt alle behoben. Und ich zeige euch mal, wie ihr das draufbekommt. Ihr müsst quasi einen Browser aufmachen und dann auf die Homepage von dem Interface geben. Da müsst ihr hier oben eure IP-Adresse einstellen. Und genau. Da sieht man jetzt auch hier Firmware 0.4. Ich suche jetzt mal die Datei aus. Und drücke dann auf Upload. Und dann sieht man jetzt auch hier entsprechend die Datei jetzt hochgeladen. So, jetzt ist das Update eben in Progress. Ja, hier wird jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, bitte nicht während dem Update jetzt irgendwie vom Netz trennen oder sowas. Es kann passieren, dass ihr damit dann dieses Interface brickt. Also, dass ihr dann keine Software mehr draufbekommt. Dann habt ihr einen schönen, teuren, neuen Briefbeschwerer. Das dauert jetzt so ein paar Sekunden. Ich glaube so in Summe 20, 25 Sekunden oder irgendwie sowas. Und dann ist das Interface wieder da. Ja. Ich kann da derweil kurz auf das Gehäuse eingehen. Letztendlich so sieht es aus. Und falls ihr euch wundert, da steht etwas drauf mit einer 1-Gigabit-Connection. Also hier der zweite Punkt von oben. Ja. Das ist leider ein Fehler, ein Marketingfehler. Das ist auch hochgekommen. Das wird in der neuen Serie von den Kartons dann vielleicht schon behoben sein. Das Interface verbindet sich nur mit 100 Megabit. Das macht aber überhaupt nichts, weil, ja, für zwei Universen Artnet reicht es locker. Genau. So, jetzt ist hier die neue Firmware drauf. Das sieht man auch. Upsala, eins zu weit. Hier die Firmware 0.6. Und das haben wir, also es sind verschiedene Sachen, sind da korrigiert worden. Zum Beispiel dieses Webinterface, was man hier eben hat, das reagiert jetzt auch viel besser. Da gab es auch Aufhänger. Und das ist jetzt alles viel besser. Genau. So, ähm, der Ping funktioniert auch wieder. Ich starte jetzt nochmal mein kleines Programm. Da war es kurz. Und hier ist weiterhin alles in Ordnung. Wunderbar. Ja. Also, ich möchte an der Stelle, ähm, auch wirklich sagen, ähm, dass, dass mir dieses Interface von der Hardware her gut gefällt. Und ich fand das sehr schade, als ich das bekommen habe und getestet habe und festgestellt habe, wie, wirklich wie schlecht die Software da drauf war. Ja. Die war wirklich sehr schlecht. Die Version 0.4, ähm, kann ich nicht empfehlen, weil sie wirklich sehr einfach sich aufhängt, weil es auch total normal ist und legitim ist, dass andere Programme in einem Netzwerk irgendwie miteinander kommunizieren. Ja. Ich meine, dafür sind Netzwerke da. Von daher, von der Hardware, schönes Interface, aber eben schlechte Software. Und das wurde jetzt mit dieser Version 0.6 eben behoben. Die funktioniert jetzt sehr stabil. Und ich konnte bisher da auch keine weiteren Fehler feststellen. Funktioniert auch gut mit dem X-Control 3. Von daher, ähm, wenn ihr dieses Interface habt, seht zu, dass ihr von der Homepage entsprechend die neue Version bekommt und die aufspielt. Und, äh, dann ist, ähm, alles im grünen Bereich. So. Jetzt habe ich mir noch hier eine Liste gemacht mit den Punkten, die ich euch zu diesem Interface erzählen wollte. Ich gucke mal gerade kurz drauf. Genau. Ja. Also, ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, wir haben uns das Interface selber gekauft vom Verein mit Vereinsmitteln. Als Dankeschön dafür, dass wir bei der Fehlersuche unterstützt haben, hat uns Highlight den Betrag zurückerstattet. Also, inzwischen haben wir quasi für dieses Interface nichts mehr bezahlt. Ähm, das möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Unabhängig davon, wie gesagt, ich finde es ein schönes Gerät jetzt und mit der aktuellen Firmware ist es auch wirklich dann verwendbar. In diesem Sinne, danke ich euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder eben bei uns im Forum. Macht's gut. Bis dann. Ciao.